Hey Leute, was geht? Hier ist wieder Diebjosh mit einem brandneuen Part von Yashis Volley World. Im letzten Part haben wir erfolgreich die Höhle abgeschlossen und jetzt kümmern wir uns um Monty's Festung. Ja, okay. Ja, warum? Das Level wird abgeschlossen? Wie? What the fuck? Was für Dinger? Ernsthaft? Man kriegt ein Ding, was das Level einfach abschließt? Der Fug? Was soll denn der Scheiß? Hm, wer weiß, wer weiß. Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal weiter hier. Okay, wir sind in einer Festung. Also, oh, hallo. Hallo. Monty, please. Lass es. Danke. So, sieht auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Und, ja, ist hier irgendwas? Nee, okay. Aber, kann ich mal kurz was... Nee, okay. Ist anscheinend nix da. Gut. Hallo, Monty. Mann, Monty, please. Lass mich. Ich bin nicht mit... Hallo? Was ist denn mit dem? Wie ist denn los? Halt aufhören damit. Ich will hier in Ruhe spielen. Und jetzt stört mich dabei. Gut. Gib mir das Lippern. Oh, Gott, ne. So, gut. Dann holen wir uns mal kurz die Kristalle. Boah. Boah, Monty. Geh einen anderen auf den Meer. Okay, hier haben wir uns schon... Oh, ganz gut versteckt. Ganze Geschichte hier. Gut. Oh. Oh, Gott, ne. Kriegen wir nicht... Ja, okay. Okay, wir müssen, glaube ich, gleich nochmal dahin. Hm. Bisschen doof, aber... Wird schon schief gehen. Gut. So, und... Perfekt. Ach so, kriegt man die. Okay, wenn man halt alles einsammelt... Kriegt man auch... Wow, cool. Cooler Abkürzung. Boah, hier ist bestimmt auch noch was. Oder? Nee. Ach so, Monty hat gekillt. Ups, tut mir leid, Monty. Wird nicht nochmal vorkommen. Sie müssen es bald... Okay. Dann. So. Uh. Wie komme ich denn da jetzt? Am besten wieder hoch. Ah, Gott, ne. Es muss doch irgendeinen Weg geben. So, spring! Okay. So, auf jeden Fall nicht. Müssen wir mal kurz den anderen Weg gehen. Kurz warten, warten, warten. Oh, Gott, ne. Ja, danke. Danke, dass du mir den Weg versperrst. Oh, tsch, das tut weh. Aber wir sind ja zum Glück ja eine gewisse Zeit unbesiegbar. Von daher passt das schon. Nein! Wann bin ich heute schon... Bin ich echt so schlecht? Kommt da nicht hin? Erwarten. Warum mache ich mir das eigentlich so kompliziert? Ach. Ich bin Yoshi. Ich kann sowas. Mein Gott. Ich muss aber erst mal zweideutig... Ah, Gott. Gut. Auf geht's. Hui. Oh, Gott, ne. So viel Leben. Ach so. Die Dinger kann ich nicht kaputt machen. Oh, schade. Auf jeden Fall wird's hier feurig. Das ist cool. Ich mag's feurig. So, ups. Entschuldigung. Leute. So, jetzt gibt mir ein bisschen was an der Wolle ab. Vergiss. Ach so, da oben ist noch so ein Wollding. Ups. Ach hey, die Wolle ist verbrannt. Okay. Ist da noch... Ist da noch was oben? Ich sehe das zumindest nichts. Ach, da komme ich gar... Wie soll ich da zum Teufel rankommen? Ah, warte mal kurz. Gibt's ja noch einen Trick? Ups. Ach, shit. Ah, gut. Ach, please. Ach so, kommt man dran. Gut. Oh, scheiß. Nein. Nein. Och, man. Gut. So. Gib mir das Wissenpack. Okay. Hier kriegen wir anscheinend nichts mehr. Hm. Dammit. Gut. So. Ich bin da. Wer noch? Oh Gott, ne. Bitte nicht sterben hier, Yoshi. Das kriegen wir schon hin. Ups. Schau, Jago. Habe ich anscheinend was gekillt? Wird nicht nochmal vorkommen. Okay. Ach so. Muss ich das Ding zum Schaukeln... Ach so. So macht man das. Gut. So. Oh. Fossilen. Warte, bitte. Geh... Loll. Ist das Ding ernsthaft so wackelig? Okay. Perfekt. Yay. Wir haben es geschafft. Oh Gott. So. Gut. Dann haben wir hier rüber. Hallo, meine Fliegen. Da. Gut. Ich muss auf die andere Seite. Bitte. Weg holt. Und... Am Sprung. Ah, cool. So. Gut. Gib mal die Blume her. Sogar die zweite. So. Gut. So. Müssen wir mal kurz ihm gucken, ob wir das irgendwie gescheit hinkriegen. Mit dem Springen. Oh, scheiße. Das wird nix. Muss ich nochmal probieren? So. Warten, warten, warten. Und... Wuii. Gott. Okay, ein bisschen spät, aber... Ich denke mal, hier müsste doch irgendwas noch sein. Gut. Lol. Oh Gott. Da war knapp. Aber es ist machbar. Gut. Komm ich da überhaupt hin? Oder muss ich... Hm. Gut. Hat sogar gerade noch so geklappt. Gut. Oh no. Juh. Ach so. Ach so geht das. Gott. Dann gib mal hier die ganzen... Dinger her. Ich will nämlich noch ein bisschen was kriegen. Oh Gott. Lol. Was ist denn hier los? Los bitte, Dinger. No. Du kannst doch mal stehen hier. Ja. Hm. Okay. Kurze Störung. Da machen wir mal direkt weiter. So. Okay. Müssen wir doch hoch. Gut. Dann machen wir es mal auf den Weg. Nach oben. Und... Ach so. Hier ist ja auch noch was versteckt. Weil hier so wird... Ach so. Gib mal her. Gut. Aber diesmal jetzt nicht verhauen. Geht mal her. Extra Leben. Kann ja nie schaden. So viel Leben zu haben. Oh Gott. Aber wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Oh. Gut. Wird auf jeden Fall recht amüsant hier. Schick. Schick. Gut. Ach so. Nein. Ich wollte die... Ach. Mann bin ich dumm. Gib mal kurz ein paar Dinger hin. Kann ich hier nochmal zurück gehen. Oh Gott. Verklappt. Boah. Please. Gut. Schieß mir von hier. Drauf. Witz. Witz. Witz mal. Wenn man mich... Gut. Geschafft. Gut. Und wieder ein... Gutes Stück geschafft. Oh Gott. Ne. Ist hier unten eigentlich noch... Okay. Da unten ist auf jeden Fall noch was. Das ist hier. Oh cool. Was? Warum ist das eigentlich so viel brauerne Wolle? Hm. Ist die große Frage. Gut. Scheiße. Äh. Bin dumm. Bin dumm. Gut. Dann filmen wir eben die Wollvorrat auf und kümmern uns darum, dass wir schnell wieder hinkommen. Ohne zu sterben wären wir am liebsten. Gut. Dann erstmal kurz hochgehen lassen. So. Hopp. Komm mit hoch? Nein. Oh. Okay. Gehen wir unten lang. Wenn es nicht anders geht, müssen wir unten lang gehen. Gut. Und. Hui. Gut. Hehehe. War gut. Von uns. So. Mal rüber. Gut. Gut. Yay. Bin gut heute. Hui. So. Einmal aus dem Weg, Kleiner. Hehehe. Gut. Weil irgendwie kommt es trotzdem noch so vor, als wäre hier irgendwo noch was versteckt. Oh. Ist sogar so. Gut. Uh. Was haben wir denn da Schönes? Ah. Was Verstecktes? Gut. Ich wusste doch, dass da irgendwas ist. Das war doch so offensichtlich. Die ganze Aktion hier. Gut. So. Haben wir hier noch irgendwas Gescheites? Ah. Wir haben das Checkpoint. Den Checkpoint erreicht. Ist eigentlich recht cool. Meiner Meinung nach. Gut. So. Und. Tschüss. Gib mal die ganzen Dinger her. Uh. Geil. Oh Gott. Oh Gott. So viel Montis. Oh Gott. So. Weg mit den Scheiß. Hehehe. Oh. Hier gibt es auch noch was. Hm. Hui. Hehehe. Noch eine braune Ro... So. Achso. Hier gibt es auch noch schnell was. Ist gut. Oh. Achso. Wir haben... Ah. Scheiße. Ich habe das nicht gesehen. Ich bin blind. Nein. Wie kann ich nur blind sein? Gut. Aber hier sieht es mir wirklich dennoch aus. Das wäre... Wer... Ah ja. War so offensichtlich. Ich... Oh Scheiße. Scheiße. Okay. Wisst ihr. Einen habe ich verpasst. Ah. Ist doof. Egal. Oh Gott. Please. Lass mich doch am Leben. Gut. Und durch. Gut. Da fehlt uns jetzt noch einer. Aber... Okay. Ich glaube da müssen wir nicht hin. Hm. Muss mal gucken. Eine Wolle fehlt uns auf jeden Fall noch. Oh cool. Oh Scheiße. Aber warte. Wir sind schon im Bossfight. Achso. Hier haben wir noch einen Gig. Oh. Leben. Ganz viel Leben. Äh. Aber mir fehlt noch eine Wolle. Wozu teufel ist noch die letzte Wolle. Gut. Ich weiß nicht wo die letzte Wolle ist. Ist das gerade das Problem und... Hm. Ich hoffe ich habe die jetzt nicht verpasst. Sonst müssten wir... Ja okay. Wir holen sowieso alles nochmal nach. Was wir... Übersehen haben. Es ist eine Zwischensequenz. Hallo. Du kannst auch... Mir gerne nachlaufen. Aber die Wolle bekommst du nicht wieder. Hier ist jeden Fall Schluss für dich. Monty. Vermöbel ihn auf Strich und Faden. Ja okay. Wenn er meint. Ich glaube aber nicht, dass du mich vermöbeln kannst. Auch nicht wenn du groß bist. Gut. Ähm. Was hast du davor Monty? Kann ich auf dich... Ach ich kann auf dich drauf sprühen. Gut. Oh geil. So viel Kristall. Waaah. Gib mir oah. Oh shit. Okay. Wenn du meinst. Schmigol. Komm her. Bin hier. Gut. Oh shit. Ach okay. Ich brauche keine Wolle. Dann schmeiß mir mal kurz die Wolldinger weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Gut. Dann komm mal raus irgendwo. Monty. Gut. Boom. 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 Gut. Gib mir die ganzen Kristalle. Kleiner. Okay. Das Ding springt wahrscheinlich. Ja. Dachte ich mir auch schon. Gut. Aber wir können es gut ignorieren. Gut Monty. Dann einmal auf den Kopf. Und dann. Bäm. Es müsste tot sein. Hahaha. Gut. Alles läuft wie am Schmächeln. Mua. Yay. Kriegen wir noch die Wolle? Wozu teuer ist die Wolle? Ach man. Damn it. Letzte Wolle hat uns auch noch gefehlt. Ach doof. 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 Nein. Gut. Aber wir holen die ja alle noch nach. Von daher. Zumindest ist es die Wolldinger. Warte. Du hast einen neuen Trickanstecker bekommen. Okay. Hm. Was ist das für ein Ding? Ach ne Windmühle. Cool. Aber dann würde ich mal sagen. Wir sehen uns im nächsten Part von. Yoshi's Wolle World. Bis dann. Und. Ciao.